Wir starten vor dem Haupteingang der Station Roma Termini, nehmen die Rolltreppen ins Untergeschoss und orientieren uns nach links. Mit der Metro Linie B Richtung Laurentina haben wir eine direkte Verbindung zum Kolosseum und fahren zwei Stationen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier unten an diesen Automaten können Sie Ihre Fahrkarten erwerben. Wie diese funktionieren, habe ich bereits in einem vorherigen Video erklärt und hier auch nochmal verlinkt. Nach der Ticketkontrolle befinden wir uns bereits auf dem richtigen Bahnsteig. Der Zug fährt von rechts nach links ein. Wir steigen in den zweiten Wagam von vorne ein und befinden uns dadurch am Kolosseum direkt beim Treppenaufgang. Hier folgen Sie dem Treppenverlauf, der Sie zum Ausgang der Metrostation bringen und damit direkt vor das Kolosseum. Wenn das Video für Sie hilfreich war, dann hinterlassen Sie mir bitte ein Like und dann hören wir uns im nächsten. Ciao!